Das ist wegen der Jingle-Maschine. Das ist wegen dem Schild. Das geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Doch, geht doch. Ist das jetzt das Intro, wo ich reinreden muss? Ja. Ich dachte, ich lasse das mal langlaufen. Zum Wohl. Okay. Du trinkst einfach. Wir müssen anstoßen. Da ist kein Alkohol drin. Pass auf. Gleich die Chöre finde ich geil. Da kommen gleich noch Chöre. Kannst du das nochmal machen? Jetzt haben wir die Zeit auch gleich rum. So, hier, mach mal. So, leise. Das ist nicht die Lautstärke. Wo ist denn hier die Lautstärke? Da ist die Lautstärke. Du hast es kaputt gemacht. Jeder Mensch kann iPhones bedienen. Genau. Herzlich willkommen zu jener Sendung, wo der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen. Ich hab getrunken. Dies ist der Realitätsabgleich mit Holger. Herzlich willkommen zu jener Sendung, wo der, in der, in, worin? Der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen mit dem Tobias. Und dem Holger. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben jetzt... Wir sind gar nicht allein. Ich habe ernsthaft Angst. Schnell was trinken. So ging es mir auch noch nie. Ich meine, ich spiele zwar in einer Band und mache Auftritte, aber so viele Menschen waren da noch nie. Ich kann dir auch sagen, warum. Prost. Ich trinke Bier. Ja, das ist Premium-Bier übrigens. Mit Bio-Eiern. Nee, Bio-Bier. Bio-Lasen-Bier. Das ist nicht nur Bio-Bier, sondern das ist auch fair gehandelt. Wie nennt man das denn? Ökosozial produziert. Du kennst so Premium-Cola? Ja. Damit hat er es angefangen. Ich habe die Sendung gehört. Du hast ja mal mit dem... Mit Uwe Lübbermann. Genau. Mit dem habe ich mal eine Sendung gemacht. Prost. Also die komplette Produktions- und Handelskette dieses Bieres, was ihr hier kaufen könnt, für drei Euro, was mir entsetzlich teuer vorkam. Drei Euro für ein Bier? Ja. Geht doch. Ja, aber das ist so Schanti hier, weißt du so, Marte 2,50. Außer wenn du drüben ins Hotel gehst. Was ist mal drüben im Hotel? Nee. Die haben versucht, Marte für 4,50 die Flasche zu verkaufen. Kann man ja mal probieren. Kasten auf Anfrage. Guck mal hier, Bergmann-Schwarz. Wir haben Bier geschenkt bekommen. Ja, aber ich muss nachher noch... Auf diesem Geschenk steht allerdings Tim. Echt? Ja. Pack's aus. Tim. Ist ein Tim anwesend. Gibt's hier einen Tim? Sehr schön. Schmeckt gut. Ich fand das ganz lustig, dass die halt für ihre Getränke, also normalerweise, wenn du Getränkehändler bist und große Mengen abnimmst, kriegst du Mengenrabatt. Das kriegst du bei Premium nicht. Sondern? Da kriegst du Mindermengenrabatt. Also wenn du kleine Mengen abnimmst, musst du nicht so viel bezahlen, wie wenn du große Mengen abnimmst, damit kleine Händler auch die Gelegenheit haben, dieses Getränk zu vertreiben. Cool. Was ich ganz gut finde. Du guckst so, als würde ich dir was langweiliges setzen. Guckst du immer so, wenn ich was erzähle? Wir sollten mal so einen Videoskype anmachen. Nee. Das verunsichert mich ja dann noch mehr. Ja, das mit dem Nasebohren mache ich auch. Ich habe hier immer so eine komische Wunde. Guck mal. Ich bin Doktor, aber nicht so einer. Stimmt, du bist Doktor, ne? Worin hattest du nochmal promoviert? Bist du, hat man oder ist man? Ich habe promoviert in Informatik, glaube ich. Hat hier ja sonst keiner. Ich war gestern, habe ich mir einen Vortrag angehört. Rüdi, ne? Über Kryptografie. Welcher Rüdi? Rüdiger Weiß. Ja. Über Kryptografie, beziehungsweise die Mathematik hinter der Kryptografie. Und du saßt da so... Die Liebste und ich haben gedacht, ach, da gehen wir hin, den kennen wir. Hat nicht geholfen. Ne, ich habe kein Wort verstanden. Keins. Von Anfang an nicht. Ich habe dann irgendwann angefangen, dummes Zeug zu twittern, was irgendwie mit dem Vortrag zu tun hatte. Damit das so aussieht, als wäre ich da irgendwie aus Entertainmentgründen oder so. Und irgendwann hat er so eine Folie an die Wand geworfen, da waren unfassbare Zahlenkolonnen drauf. Und dann sagt er, fällt euch daran was auf? Und ich so. Alles. Ja, das war... Das war eine echte Demütigung. Und was hast du hier so gelernt? Ich habe Lockpicking gelernt. Das ist geil, oder? Ich war mit meiner Tochter, die sitzt hier vorne übrigens. Kannst du mal winken. Hier, stimmt. Ein großer Applaus für Mareile! Ich habe mal ein bisschen Realität mitgebracht. Achso, was wird dahinter, wird das dann übrigens auch als... Ich habe hier die Realität mitgebracht. Ist das die, deretwegen du immer... Super, deretwegen. Nee. Wegen der du immer... Die immer heulend mit Brandwunden... Wegen der Kleineren. Wegen der Kleineren war es schon mal... Brennend in der Tür steht. Nee, gebrannt hat sie noch nie. Hat sie noch nie. Ja, ja, nee. Aber das ist die... Nächstes Mal brennen. Originale Realität. Haben wir Lockpicking gelernt. Und wir saßen da beide Gnidl, Gnidl, Knüttl, Knüttl und dann ging nix. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn du das aufkriegst, kaufe ich dir so ein Lockpicking-Set. Zack, hat sie so aufkriegt. Ist sie losgegangen, hat sich das einfache Schloss geholt, gekriegt, fertig. So machen die ihren Umsatz. Hätt sie ihr keinen Set-Pick-Set kaufen müssen. Ja, aber jetzt kriegen wir wenigstens ihre Dings, wo man so Geld reintut, zum Beispiel Spardosen. Ihre Spardosen wieder auf, wo wir die Schlüsse verloren haben. Die haben da Spardosen stehen, so zum Üben. Die muss man wieder zuschließen. Habe ich gemacht. Das ist total cool. Das heißt, ich habe mir beigebracht, wie man Kindern Geld klaut, ohne dass sie es merken. Das heißt, du hast dein Geld nicht in der Spardose. Nee, ich habe kein Geld. Du hast kein Geld. Nee, reib es noch rein. Ich habe jetzt übrigens zu unserem Gespräch letzte Woche, ich habe jetzt gelernt, es gibt Sparbüche, da haben wir einfach ein IBAN. Also du kannst einfach ein Sparbuch. Ja, aber meine, die... Du kriegst halt nur nichts mit, wenn dir einer was spendet. Aber das tut ja eh keiner. Eben. Nee, aber die Dame bei der Kreissparkasse Euskirchen. Ich habe dann bei meiner Hausbank gefragt, eine Kreissparkasse Euskirchen ist super, ne? Ich glaube, wenn ich noch einen Schluck trinke, bin ich ernsthaft betrunken. Möchtest du noch was von meinem Zombie? Nee, ich trinke jetzt hier diese Mate. Hast du je in deinem Leben schon mal Negroni getrunken? Ich habe gehört, es gibt die erste Mate, die dir schmeckt. Ja. Das ist neu. Schmeckt dir das wirklich? Das schmeckt mir wirklich, ja. Ich bin ja vorhin voll reingefallen. Als ich das gesehen habe, stand hier auf einmal 180 Milligramm pro Liter. Und ich dachte, boah, die Clubmate hat doch nur 20, aber das ist halt eben auf 100 Milliliter. Achso, und hier ist überhaupt kein Koffein drin? Doch. Ist halt nur irgendwie ein Zehntel weniger als in der Clubmate. Nee, ein Zehntel dessen in der Clubmate. Wenn die Clubmate das auf 100 Milliliter hat, dann ist das... Okay, wir lassen das Flikum entscheiden. Okay, was fällt dir an dieser Folie auf? Das schmeckt mir tatsächlich. Ich habe ja wirklich immer die... Keine Ahnung. Ich bin Geisteswissenschaftler. Ich hätte das in einem Interview wieder mit einem Wissenschaftler gesagt, der auch sagte, ja hier... Prost. Sagte ich, Sie blicken in die leeren Augen eines Geisteswissenschaftlers. Bitte erklären Sie es wie eine Fünfjährige. Naja, nee, ich hatte... Also ich bin Samstag angekommen, nach nur irgendwie drei Stunden Schlaf. Und war fürchterlich müh und konnte aber nicht irgendwie ein Nickerchen machen. Und die Liebste sagte, ja hol dir doch eine Mate, da wird man wach von... Was riecht denn hier so? Das ist mein... Achso, entschuldige. Ich rieche dich sonst nie. Ja. Was ist denn? Was riecht denn hier so? Ich weiß es nicht. Hör doch mal auf. Nicht nur gesoffen, sondern auch gekifft, oder was? Nee, heute nicht. Das geht doch nicht, Holgi. Nicht vor der Sendung. Heute riechst du übrigens, wenn du hier die Nummer... Das darfst du nicht erzählen. Achso. Ich glaube nicht. Lieber nicht. Dann erzähle ich wieder das mit der Mate. Genau, wer hier ist, weiß das und alle anderen... Erzählen wir in einer Postshow, Aftershow. Unten am Typen bei der Einlasskontrolle habe ich gestern gesagt, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Das war der erste Mensch, der die korrekte Antwort gegeben hat. Weiter. Nee, er sagte, das sind nicht die Droiden, die wir gesucht haben. Ihr könnt passieren. Ihr könnt passieren, ja. Naja, jedenfalls wurde mir dann anempfohlen, mal eine Mate zu trinken. Und ich halte das ja für Felgenreiniger. Also diese Clubmate, ich mag diese Clubmate wirklich nicht. Ich finde das sehr, sehr, sehr ekelhaft. Und irgendwie sagte dann der... Mensch. Mundschenk. Mundschenk. Der Typ, der die Mate rausgibt. Wer nichts wird, wird wird. Was? Engel. 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 Der Engel. Danke. Der sagte dann, ja nee, die Floramate schmeckt besser. Dann habe ich gesagt, ja, dann gib mir mal eine Floramate. Und jetzt trinke ich das Zeug die ganze Zeit. Ich trinke seit Samstag nichts anderes als Floramate und echt absurde Mengen Alkohol. Es ist ein bisschen weniger süß, glaube ich, oder? Ich finde es T-I-Gerl. T-S-Gerl. T-A-A. Ich habe ungeheure Furcht vor dieser Sendung. Von diesen ganzen Leuten. Du siehst die doch gar nicht. Ja, aber ich weiß, ich spüre das. Konzentrier dich einfach auf mich. Und hier war vorher, die vorher hatten irgendwie ein Thema. Ja, die waren so gut vorbereitet. Und wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Die waren total gut vorbereitet und hatten aber vor allen Dingen was zu erzählen. So, hey, Cocktail. Und was zu zeigen. Ich habe das hier mit den Raketen gesehen. Das war voll abgefahren. Ich weiß nicht mal, was in einem Negroni drin ist. Achso, die Sendung habe ich nicht gesehen mit den Cocktails. Cocktail-Podcast muss ich nachhören. Ja, und davor die Physiker. Das ist halt die totale Demütigung gewesen. Methodisch inkorrekt. Die sind halt richtig gut. Ihr solltet alle methodisch inkorrekt hören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das macht ihr alle hier und nicht bei methodisch inkorrekt. Nee, aber wir hatten ja eine Idee. Ja. Soll ich versuchen, sie zu rekonsten? Mach du mal, ich kriege das nicht mehr formuliert. Also die Sendung heißt ja Realitätsabgleich, weil Holgi und ich unsere Realitäten abgleichen, weil die ja recht unterschiedlich sind. Und heute dachten wir, wenn wir, das ist übrigens total komisch hier mit den Käten. Wie heißen die Katzen? Winke. Winke Katzen. Wir haben hier Winke Katzen stehen. Für die Leute, die das nur hören und nicht sehen. Wobei, das sieht irgendwie fies aus. Die sind Winke Katzen und ein Häkelschwein. Da hat mir jemand doch tatsächlich ein Häkelschwein. Apropos Häkelschwein, ich muss hier noch zur Denunziation aufrufen. Ich bin skeptisch. Häkelschwein skeptisch. Eben hat mir einer, also ich würde ja unheimlich gerne mal Good Duck Panels kennenlernen. Ich weiß nicht, ob du diesen Twitter-Account kennst. Und ich habe eben schon Good Duck Panels ange... Twittert? Mit Twitter, wenn man jemandem was schreibt. Gemenschend. Gemenschend? Dem eine Nachricht geschickt, eine öffentliche. Und hier, lass mal, wo finde ich dich denn? Ich würde dir gerne die Hand schütteln. Keine Antwort. Irgendwann kommt ein Typ zu mir, drückt mir das hier in die Hand. Mir kreist der... Also Tick, Tick, Tick und Tick. Tick, Tick und Tick. Tick, Tick und Tick, die drei Neffen des Onkels. Mir kreist der Hut, mein Gehirn käst. Meins ist völlig verdunstet. Und ich sage, bist du Good Duck Panels? Und der sagt, ich habe dir nur den Sticker in die Hand gedrückt. Und geht. Das war ja hilfreich. Das war ja sehr hilfreich. Es ergeht also folgender Aufruf. Wer weiß, wer Good Duck Panels ist, möge sich bitte bei mir melden. Dann wird dir das noch zu schön. Und außerdem würde ich gerne Ahoi Poloi auch mal die Hand schütteln. Wer Ahoi Poloi nicht kennt, ihr solltet außerdem Ahoi Poloi auf Twitter folgen. Das ist einer der witzigsten Twitter-Accounts, die ich so kenne. Ich suche hier gerade einen Good Duck Panel, den ich... Kannst du nicht irgendwie ausgleichend wirken? Ich habe gerade aufgerufen, dass Menschen denunziert werden. Bald ist es wieder soweit. Ich denunziere mich jetzt selber. Ich habe ja letztens das Haus meiner Mutter leer geräumt. Ach. Nee, mach mal. Ich sehe das ja sonst auch nicht, was du da machst. Wir sitzen ja sonst... Ah, Fleisch. Nee, ich habe da einen Good Duck Panel gefunden. Das wollte ich dir eh immer mal schicken, bei Gelegenheit. Aber die Gelegenheit verpasse ich dann immer. Ich glaube, weil du nicht das Gefühl hast, wie die Leute lang... Aber gut, machen wir jedes Mal. Oder? Langweilen wir euch. Wobei, dieses im Internet surfen, das kenne ich vom Prittlauf, das führt zu nichts. Komm mal auf damit. Wer ist das denn? Das ist Carsten. Ah, Carsten. Nee, Schaumschläger. Hast du ein neues Handy? Ja. Hast du ein neues Handy? Was ist denn das für eins? Sagen wir mal, ein Sony. Xperia Z2. Habe ich mir gekauft für richtig viel Geld. Und dann kam das Z3 raus. Aber Sony, die sind auch Idioten. Die bringen jetzt zweimal im Jahr ein neues Flaggschiff raus. Ja, dann... Das ist doch bekloppt. Also vorprogrammiert, dass es sofort veraltet ist, wenn du eins kaufst. Warum hast du es denn gekauft? Ich wusste es vorher nicht. Warum hast du nicht ein iPhone gekauft? iPhone? Das kann ich nicht bedienen. Das ist doch gemerkt. Ja, stimmt. Ja, aber auf dem Sony findest du halt nichts. Also die Idee. Die Idee. Ich trinke der Wallen-Negroh. Kann man das Licht mal was dimmen? Ich fühle mich so rotwangig von dem ganzen Alkohol. Ach, wir heute noch dazu kommen? Du bist auch rotwangig. Ich weiß wahrscheinlich auch. Ich habe ja schon so viel von einem Bier getrunken. Ah ja, du trinkst ja nicht mehr. Nee. Anstatt unsere Realitäten abzugleichen, könnten wir heute mal die Realitäten von euch und uns abgleichen. Wenn ihr also eine Realität habt, mit der ihr gerade nicht klarkommt, dann könntet ihr die jetzt hier einwerfen. Wir haben ein Saal-Mikrofon. Wir haben eine Hostess mit Saal-Mikrofon. Haben wir? Haben wir keine? Vielleicht Mariale. Ich habe doch extra eine Hostess bestellt. Mariale, magst du das Mikrofon hier nehmen und Menschen suchen, die eine Realität abgleichen zu wünschen? Und meldet sich schon jemand? Ich sehe gar nichts. Wir werden euch dann sagen, wie es wirklich läuft. Da ist jemand. Da hat jemand eine Realität. Den kenne ich. Der quatscht immer rein. Ach nee, dann lieber nicht den, oder? Doch. Gucken wir mal, ob das Kabel lang genug ist und gehen wir zu dem Mann, der gerade aufsteht. Ein Applaus für den jungen Herrn, der gerade aufsteht. Die Physiktypen. Die Physiktypen von vorhin, die haben Funkmikrofone gekriegt. Funkmikrofone. Da sind wir nicht cool genug für. Nee, wir sind nicht cool genug für. Okay, wir haben eine Realität. Wer bist du denn? Ich bin der Jan. Der Jan. Man kann das nicht hören. Das Mikrofon ist nicht an. Hallo, Tonregie, das Saal-Mikrofon ist nicht an. Ich trinke derweil noch was. Laber einfach rein, solange bis was kommt. Hallo, hallo, hallo. Der Jan. Ah, ich bin ich. Hallo, Jan. Ja, ich gucke regelmäßig die Tagesschau. Sogar wegen dieses Kongress. Ihr werdet denken, ich bin komisch, oder? Ich denke sowieso, dass du komisch bist. Ja, das ist auch so. Sonst wären wir doch nicht hier. Prost. Prost. Danke, Prost. Möchtest du mal von meinem Zombie probieren? Meinst du mich oder Jan? Ich meine dich. Der Jan darf nicht. Richtig. Der wird sonst komisch. Wann ist er ja schon? Was ist deine Realität? Das siehst du doch. Der ist komisch. Das hörst du doch. Jetzt lass dich doch mal zu Wort kommen. Das ist echt schlimm mit diesen Podcasts. Die reden die ganze Zeit. Es ist ja so ein Flugzeug verschwunden. In Malaysia. Ja. Was denkt ihr darüber? Gegenfrage. Es ist ein Flugzeug verschwunden? Also nicht das vom letzten Jahr übrigens. Es ist schon wieder ein Flugzeug verschwunden. Echt? Ja, vorgestern oder so. Ja, genau. Ich habe neulich Jagd auf Roter Oktober gesehen. Da war auch so ein bisschen... Sie haben noch ein U-Boot verloren? Ich habe es nicht mitgekriegt. Was denkst du denn darüber? Ich bekomme seit Samstag nichts mit, was außerhalb dieser heiligen Hallen passiert. Ah, okay. Wir haben also heute keinen Nachrichtenblock in der Sendung? Doch, klar. Doch, aber da müssen wir uns dann sponsern, meine Meinung bilden. Nee, ich habe tatsächlich nichts mitgekriegt. Auch nichts mit dem Friedrich? Friedrich? Nee. Der hat sich selber ans Kreuz genagelt. Er meinte irgendwie, Pegida und AfD, da ist Merkel dran schuld. Naja, hat er ja recht. Aber er war doch eh weg. Trotzdem sagt man das nicht, wenn man in der CSU oder in der CDU ist. Das ist ungünstig. Nee, aber ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass ein Flugzeug verschwunden ist. Was sind wir für ein Flugzeug verschwunden? Ein A320, der eher Asia auf dem Weg nach Singapur. Also wieder mal leisischer Luftraum. Okay, cool. Dann danke für diese Realität. Jetzt zieht der uns runter. Mareide, nimmst du das Mikrofon zurück? Vielen Dank. Einmal Applaus für diese Realität. Die Realität zieht einen immer runter. Oder? Also ich habe hier seit Samstagmorgen eine Realität, die mich nicht runterzieht. Nicht mal ansatzweise. Stimmt, hier ist die Realität echt ganz gut. Ich wollte mich hier gerade einschleimen und ihr macht nicht mal irgendwie sowas wie Oh. Ich sollte nicht mit Alkohol experimentieren. Also wenn Flugzeuge verschwinden, ist das natürlich immer irgendwie scheiße. So andererseits. Es fällt mir gerade schwer, ernst zu bleiben. Sag doch mal was Ernstes. Also wenn Flugzeuge verschwinden. Ich finde es komisch, dass sie verschwinden können, weil die haben tausend Gerätschaften an Ort, dass sie wissen, wo sie sind, dass sie ständig mit zu Hause telefonieren. Aber anscheinend haben die das halt nicht. Doch. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von Luftfahrt. Es gibt das aber für dein komisches iPhone. Es gibt eine App, die dir sagt, wenn ein Flugzeug über dich rüberfliegt, sagt der, wer da drin sitzt. Oder wie das heißt und wo es hin will. Und wie viel Sprit noch drin ist wahrscheinlich. Naja, aber dazu muss das Flugzeug auch fliegen. Wenn das irgendwo runtergeklatscht ist, dann wird das vielleicht. Ja, aber wenn das die ganze Zeit getrackt wird, dann muss doch klar sein irgendwie, ab jetzt haben wir keinen Kontakt. Jetzt ist es weg. Also zumindest müsste man, das stimmt, ja. Man müsste es wissen, ab welcher Höhe ist es abgestürzt. Naja, ist es dann ja auch meistens, oder? Ist jemals ein Flugzeug? Ist je ein Flugzeug verschwunden, das man dann hinterher gefunden hat? So, oh! Einfach eine Abzweigung genommen hat. Genau. Da ist der gelandet. Gibt es das? Kennt da jemand eine Geschichte von einem Flugzeug, das verschwunden war und dann auf einmal irgendwie in London Heathrow gelandet ist? Nee, niemand meldet sich. Ich glaube, wenn ein Flugzeug verschwindet, ist es halt einfach weg. So, und bis zu dem Zeitpunkt, wo es weg war, muss es doch eigentlich die ganze Zeit getrackt worden sein, oder nicht? Ja, eigentlich ja. Gerade wenn es so eine Part, ich meine, wenn das irgendwie eine Cessna ist oder ein Ultralight oder so. Heißt das eigentlich Cessna oder Cessna? Cessna? Ich wähle den Publikumsjoker. Heißt das eigentlich Cessna oder Cessna? Toll. Das rufen alle so rein. Alle rufen irgendwas. Okay, ich bitte um Handzeichen. Wer ist für Cessna? Das sind fast alle. Nein, sind es nicht. Ich sehe ganz viele Hände. Wer ist für Cessna? Das sind viel weniger. Das Ding heißt Cessna. Ich habe es geahnt. Natürlich. Ich habe ja auch Cessna gesagt. Ich habe es immer gewusst. Ich wusste es aber echt nicht. Du meinst, ich soll das jetzt probieren, oder? Du kannst es mal probieren. Das ist ein Zombie. Du musst richtig am besten durch den Strohhalm, dann wirkt der Alkohol nicht so stark. Ich muss noch Auto fahren nachher. Das trinkst du. Nein, nein, keine Tochter ist doch groß genug. An die Pedale kommt sie ran. Ich sage ja, es ist groß genug. Darum geht es denn, es ist groß genug. Noch nicht so viel Fahrerfahrung. Nein, keine. Also mit diesen Flugzeugen, die stürzen. Also ich verstehe das nicht. Das lässt mich eigentlich immer relativ kalt. Mich irritiert an der Tatsache nur, dass die dann weg sind. Warum findet man die nicht sofort wieder? Weil bis dahin hat man sie getrackt, da fliegt man hin, guckt nach, scheiße, fliegt ein Wrack, alle tot, ja gut. Nein, es ist nicht da kein Wrack. Also das war ja bei diesem, also das ist ja oft so, dass sie sagen, eigentlich müsste es da und da liegen, dann fliegen sie hin oder fahren hin, gucken und dann liegt es da nicht. Das ist ja oft das Problem. Aber was kann denn das bitte passieren? Ich weiß nicht, wie oft stürzen Flugzeuge ab. Nicht so häufig, wie Autos auf der Autobahn verunrücken. Nach der Bahn, glaube ich, immer noch das sicherste Verkehrsmittel, oder? Ist auf jeden Fall sicherer als Autofahren. Ja, darum lassen mich Flugzeugabstürze eigentlich immer relativ kalt. Weil ich denke mir immer, okay, es sind halt so viele Menschen auf einmal, aber trotzdem haben wir irgendwie, ich glaube, 3000 Verkehrstote im Jahr und über die riecht sich halt keiner auf. Und darum, es ist halt so, also wo Mobilität stattfindet, ist halt gefährlich. Das ist halt wieder so eine Nachricht, jetzt kommst du wieder mit deiner Journalismuskritik. Ich? Nee, dazu habe ich zu viel. Telefon, Tobias. Telefon? Ich war es nicht. Ja, aber ist doch sonst auch in der Sendung immer das sein. Normal, wenn ich die Realität oder was. Ja. Okay. Das war jetzt irgendwie, hat einer noch eine Realität? Ah, hier vorne? Da kannst du sitzen bleiben, Marelle. Der Bärtige neben... Oh, oh. Ja. Der Bärtige. Ich sage jetzt nichts Negatives gegen meine Tochter. Die sitzt neben mir. Hallo, hallo? Hallo? Ja, hallo. Ich höre dich. Ich höre dich auch ein bisschen. Ja, mich interessiert die Realität da draußen und wie das mit unserer kollidiert. Der Hintergrund ist, ich bin immer jetzt nur abends, wenn ich vom Kongress komme, wirklich online, mache mein Handy an. Und gestern die erste Nachricht, die ich von meiner Freundin bekommen habe, war, aha, gefolgt von einem Spiegel-Online-Link, der hier über den Kongress berichtet und mit der Überschrift alle kippen. Dildos aus dem 3D-Drucker. Na toll. Die habe ich auch gesehen, aber du nicht ignoriert. Mensch, ich denke an meine minderjährige Tochter. Aha. Spiegel-Online. Wofür interessiert sich schon Spiegel-Online? Ja. Ja, ich habe die auch gesehen. Ich habe kürzlich mit... Die sehen komisch aus. ...mit Verblüffung zur Kenntnis nehmen müssen. Also man hat mir das erzählt, dass Focus Online mittlerweile öfter geklickt wird als Spiegel-Online. Focus Online öfter geklickt als Spiegel-Online. Das ist doch eh nur so Traffic... Ja, das ist Traffic-Geschiebe. Das kannst du dir kaufen. Echt? Ja, klar. Das ist doch alles nur eine große Aufmerksamkeitswirtschaft. Ja, aber kaufen, also im Sinne von... Das machen wir doch im Kleinen auch mit den Podcasts. Dieses ganze Geplage von Podcasts, die man irgendwie mag. Das ist doch nur Aufmerksamkeits-Hin-und-Her-Geschiebe. Ich glaube aber nicht, dass Spiegel-Online gesagt hat, hier, lest mal was. Focus Online von tollen, die zehn besten... Nein, Spiegel-Online plagt natürlich nicht Focus Online. Aber es gibt ja Traffic, den man kaufen kann von anderen... Medien und sonst wie was und hier und da. Und du meinst, die machen das? Natürlich. Du kannst ja auch Traffic bei Google kaufen, bei Facebook und bei... Ne? Diesen ganzen Traffic schleudern. Also praktisch die russischen Forentrolle, die man da kaufen kann, oder was ist das denn? Ist Facebook voll mit russischen Forentrollen? Angeblich. Also das sagen sie in der Tagesschau immer. Und auf Spiegel-Online. Ich habe in Facebook noch nie russische Forentrolle gesehen. Ich auch nicht. Vielleicht sind die jetzt alle beim Fokus. Scheiß-Filter-Blau. Nein, aber also, dass man irgendwie so Twitter-Follower und Facebook-Likes kaufen kann, das ist mir klar. Aber dass du tatsächlich sagen kannst, ich möchte jetzt gerne 100 Millionen Unique-Visitors... Ja, klar. Schaltest eine Google-Anzeige, zahlst ein paar Cent pro Kost per Klick oder Kost per Visitor. Wie war eigentlich deine Frage? Ich hatte gerade so das Gefühl, dass er gar keine Frage gestellt hat. Der trollt doch. Er sagt einfach nur, aha. Ja, aha. Er wollte nur irgendwas mit Spielzeug und so. Ne, mich würde interessieren, was ihr dazu sagt und was so eure Schlagzeile hier für diesen Kongress wäre, wenn ihr diesen Artikel hättet schreiben müssen. Hättet ihr das anders getitelt oder findet ihr das schon eine gute Zusammenfassung? Der Titel ist halt scheiße. Also es ist halt echt scheiße. Das ist halt für irgendwie die Oma zu Hause oder sonst wie. Oh, guck mal. Hacker. Ne, vor allem schlüpfrig. Dildo. Da geht der Zielgeräusch. Mal ein bisschen hacken. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ja, das ist halt, ja, Aufmerksamkeitsgenerierung. Es gab auch entsprechende Bilder. Ja, natürlich, aber genauso nebenan, also ich war eben unten, CCC Frankfurt hat mir eben Waffeln gebacken. Genau damit könnte man halt auch titeln. Fünf-Farb-Waffeln in Hamburg oder irgendwie sowas. Ich finde das halt ziemlich arm, dann immer irgendwie so die Schlüpfrigkeits-Sex-Kiste rauszuholen. Also meine Fresse, damit holst du nicht mal mehr mich hinterm Ofen vor und ich bin echt verklemmt. Ja, aber mit dem 40-Watt-Laser, mit dem wir das Logo in Mareiles Kunstleger-Ipod-Hülle gebrannt haben, kriegst du halt keine Klicks. Das ist richtig. Das ist Aufmerksamkeit. Also das Traurige an der Frage ist ja, man muss sowas berichten anscheinend in den Massenmedien, im Mainstream, damit man überhaupt noch irgendwie... Das heißt, bei uns Verschwörungstheoretikern heißt das MSM. Was heißt denn MSM? Wir kürzen das ab, wenn wir in Foren die Lügenpresse anprangern. Ich wusste, dass Berlin fast... Wobei Kollege meinte neulich, wir wären Schummelfunk. Schummelfunk? Schummelfunk. Weil wir nicht wirklich funken. Ne, statt Lügenpresse, weil wir drucken ja nichts. Ah. Lügenpresse. Hast du das mit dem Schneegieder mitgekriegt? Das fing, glaube ich, gestern erst an. Ich hab diesen, diesen, das oder der Hashtag? Okay. Wer ist für das Hashtag? Bitte mal um ein Handzeichen. Da hinten sind drei. Oh fuck, das heißt echt der Hashtag, ne? Der Hashtag? Wer ist für der Hashtag? Es gehen ungefähr 5000 Arme hoch. Ja, aber das sind halt nur Meinungen. Das hab ich jetzt nur gesagt, weil das aufgezeichnet wird. Niemand kann beweisen, dass hier keine 5000 Menschen waren. Ich sah den Hashtag und dachte mir, wat? Und hab dann das Handy wieder weggemacht. Ich bin wirklich, ich kriege nichts mit von der Außenwelt. Ich krieg halt wirklich nur Sachen mit, die hier passieren. Und diesen scheiß, dieses scheiß pakistanische Restaurant, wo ich gestern war. Das ist das, was ich von der Außenwelt mitgekriegt hab. Grauenhafter Land. Wer, ich? Nicht, der Pakistani. Der war, das geht, heißt das eigentlich Pakistani oder Pakistaner? Komm, Holgi, kannst du es nicht? Ich bitte um Handzeichen. Wer ist der, wer weiß, also Meinungen, wir fragen ja nicht Meinungen ab. Wer weiß, dass es Pakistani heißt? Und wer ist dafür, dass Holgi mit diesen Befragungen aufhört? Alle. Ne, das sind eben nicht alle. Ja, aber ich kann es sagen. Stimmt, das kann aber jeder sagen. Das kann ja jeder sagen. Und wer ist der Meinung, dass es Pakistanere heißt? Das sind aber auch nicht so viele. Ich glaub, Pakistani waren mehr. Egal. Die hast du doch gekauft. Der war, der war, ich weiß gar nicht, ob der überfordert war. Also die haben halt, das Restaurant hört auf den wirklich absurden Namen Balucci. Ja. Basinga. Genau, Balucci. Das Restaurant hört auf den Namen Balucci. War voll. Ich schätze mal, dass die so, wie viele, 55? Ich hab noch einen, der ganz toll ist. Jo, bisschen. Also 80 Plätze hatte ungefähr. Und da haben halt drei Leute gearbeitet. Und das ist ja das, woran es in der deutschen Gastronomie eigentlich immer krankt. Die haben zu wenig Personal. Also du brauchst halt echt viel Personal, wenn du viele Tische hast. Wenn du hier in Hamburg lecker indisch essen willst, musst du übrigens nicht zu Balucci gehen. Ich weiß. Ich weiß. Allerdings weiß ich gerade den Namen nicht von dem Laden, wo du hingehen musst. Das ist jetzt schlecht, ne? Ja. Na, also wir haben über zwei Stunden da gesessen und haben jeder nur ein Getränk gehabt. Also sie sind einmal gekommen und gesagt haben, wir wollen was trinken. Dann haben wir halt Getränke bestellt. Und danach haben wir eine Stunde und 50 Minuten oder sowas aufs Essen gewartet. Und während der ganzen Zeit hat uns niemand angeguckt. Niemand ist vorbeigekommen, um zu fragen, ob wir noch was trinken wollen oder sowas. Und irgendwann kam halt ein Typ, der nicht so aussah, als würde er da arbeiten. Weil der hatte halt irgendwie so einen Polunder an. Hat alle so irgendwie leicht livriert. Und er kam im Polunder und stand dann an so einem Teller Essen da am Tisch und sagte, 52! Und wir, äh, was ist denn das? Ja genau, was ist denn das? Wir hatten längst vergessen, was wir bestellt haben. Was ist denn das? Also 52, äh, ja, äh, was ist denn das? Und guckt er drauf, Mirjani. Ich so, ja, äh, für mich bitte. Ja, und dann, äh, sind wir noch gegangen und haben Tassen geklaut, auf denen der Name von dem Laden steht. Zur Strafe. Das soll denen eine Lehre sein. Ich hab's rausgefunden, wie der Laden hat. Achso. Gut, sei Dank. Oshu Ayulila. Da geh ich hin. Das ist am Munzburger Dam, ganz in der Nähe von der Oberen Munzburg. Munzburg. Deswegen kann man da gut essen. Nein. Das ist so ein ayurvedischer Schnicki-Schnacki. Das ist der Christe Reis und hinterher kippen sie ihr Öl über den Kopf. Wenn du möchtest, machen die das bestimmt gern. Aber die kochen gut. Eine Freundin von mir ist mal... Ich bin aber nur zu zweit. Eine Freundin von mir ist mal sechs Wochen nach Indien. Die zeigen hilft nichts, ne, für die Audioaufnahme. Also mit einem ungefähr einen Meter langen Bart. Aber bis dahin ist nicht ein Meter. Nein, das ist nicht ein Meter, Tobias. Von meinem Kinn schon. Wenn ich mich ganz lang mache. Ja, ja. Kennst du diesen Witz mit 20 Zentimeter? Frauen und 20... Ja, ja. Das ist langweilig. Aber daran hat mich das erinnert. Eine Freundin von mir war vor Jahren mal in Indien. In Indien. Und zwar in so einem Ayurveda-Camp. Ne, wie heißt das? Ayurveda-Klinik. In so einer Ayurveda-Klinik. Hat sich da für vier Wochen eingebucht. So volles Programm. Wahnsinnig viel Geld bezahlt und sowas. Und ist nach einer Woche, ist die geflohen. Aus dem Teil. Weil die sagte, das wäre total scheiße. Du würdest halt die ganze Zeit Öl trinken oder über den Kopf geschüttet kriegen. Und das hätte mit Entspannung ja wohl überhaupt nichts zu tun. Die ist dann... Ne, die fand das total schlimm. Und ist dann halt nach einer Woche... Die war sechs Wochen da. Ist nach einer Woche aus dieser Ayurveda-Klinik geflohen. Nach Goa an den Strand gefahren. Und hat fünf Wochen gefeiert und sich die Dinger reingehauen. Und ist total entspannt wiedergekommen. Ich habe Sandwiches gegessen. Ja. How I make your mother Sandwiches gegessen. Ja, schön. Ich war noch nie in Indien. Ich auch nicht. Ich bin mal drüber geflogen und es war wolkenlos. Erik war letztens in Indien. Wer jetzt? Der Erik da hinten. Der da aufzeigt. Der den Podlof Publisher gebaut hat. Wie war es denn in Indien, Erik? Niemand hört dich. Total entspannt. Ich glaube, wir brauchen eine neue Realität. Wir brauchen eine neue Realität. Hat noch jemand eine Realität, die er abgleichen möchte? Das ist echt krass. Niemand hier hat Realitäten? Das kann doch nicht angehen. Ne, das ist so eine Erwartung. Die haben so eine Erwartungshaltung. Eine Realität von links. Oh Gott, ich bin schon betrunken. Willst du nochmal an meinem Zombie probieren? Nee, bestimmt nicht. Möchtest du an meinem Negroni probieren? Es ist ein Bitter. Nee, danke. Ich trinke das unheimlich gerne. Ich weiß aber nicht, was drin ist. Okay. Erstens, möchtet ihr mein Fahrrad kaufen? Nee. Zweitens, möchtest du mein Auto kaufen? Dein Auto kaufen? Ich hätte da noch eine Kamera vom Holger zu verzichten. Und wann verkauft ihr wieder eure Fahrräder? Äh, ich, äh. Ich wüsste, warum. Nee, ich gar nicht. Gar nicht. Na doch, stimmt. Ey, stimmt nicht. Also im Frühjahr. Ach du Scheiße. Er hat gefragt. Im Frühjahr werde ich nochmal ein Fahrrad anbieten. Und zwar, weil das ein bisschen... Lauf mal nicht weg. Nee, lauf nicht weg. Du willst ein Fahrrad verkaufen. Du musst dir sagen, was... Du willst ein Fahrrad kaufen. Du hast gerade gesagt, du willst mein Fahrrad kaufen. Du kannst jetzt nicht gehen. Ja, was für ein Fahrrad? Ihr habt das gehört. Was für ein Fahrrad willst du denn verkaufen? Sag mal, was du für ein Fahrrad verkaufst. Genau, was brauchst du für ein Fahrrad? Eigentlich... Wir können dir alles besorgen. Wir können alles klar machen. Er will keins kaufen, er will eins verkaufen. Genau, verkaufen. Was hast du denn für eins? Ein Brompen. Was für eins? Folding-Bike. Ja, sowas in der Richtung. Ja, das ist klar, aber was für eins? Oh, frag mich. Ich hätte gerne ein oranges S2L. Was? Er hat angefangen hier zu Fachsinn. Ja, naja, was heißt Fachsinn? Sonst kriegt man zu Weihnachten geschenkt und will es nicht haben. Was? Du kannst nachher mal hinter die Bühne kommen. Da setzt's dann was. Was ist denn da dran gebaut? Also wie viele Gänge? Ich hab's nicht mal ausgepackt. Du hast es nicht mal. Original verpacktes Brompen. Von wem hast du denn das Geschenk gekriegt? Von meinen Großeltern. Kann ich deine Großeltern haben? Ich bin aber großzügig Großeltern, wenn die einen Brompen verschenken zu Weihnachten. In der Tat. Jetzt dieses Weihnachten von der Woche bekommen und kein Interesse. Hat es einen geraden Lenker oder hat es einen geschwungenen Lenker? Einen geschwungenen. Ach Mist, so eins will ich nicht. Du willst so einen Hipsterlenker wie ich? Nee, ich will einen geraden Lenker, weil das ein bisschen sportlicher ist. Also ich hab ja einen geschwungenen Lenker. An deinen Brompen. An meinen Brompen. Und ich hätte gerne so einen geraden Lenker. Eigentlich war mein Brompen ein Fehlkauf, aber das weiß ich jetzt erst. Ich hab ja jetzt endlich mein neues Fahrrad und ich werd's nicht verbrauchen. Nee, echt? Was denn für eins? Ich hab's doch schon längst erzählt. Alle wissen das. Einen alten, schönen, gemufften Rennradrahmen. Vorne orange, hinten schwarz. Sieben Gang. Vorne gemufft. Hinten gemufft, hinten gemufft, vorne gemufft. Und unten auch gemufft. Unten rum gemufft. Nee, also ich werde im Frühjahr tatsächlich noch ein Fahrrad verkaufen. Unten rum gemufft. Unten rum gemufft ist ein ganzes Stück. Erinnert uns bitte daran. Ach, das war aber zu wenig Applaus. Wir müssen uns noch was besser seinfallen lassen. Doch, das geht. Wir machen das ja nicht für dich. Du kannst dich widersetzen übrigens. Wir wissen ja jetzt, was du sagst. Nee, kann er nicht. Jetzt lass ihn doch. Der arme Mann fühlt sich schon ganz unwohl. Ich hab noch ein Fahrrad, das ich tatsächlich verkaufen will, weil das über ist. Das steht halt rum. Das brauche ich nicht. Und das, du kannst, also wenn du noch ein Fahrrad brauchst. Ich hab schon zwei. Also das ist ein 2007er Orbea Derio. Was? Ein Orbea, Orbea ist eine, Orbea, Orbea ist eine Fahrradfirma aus Spanien. Kenne ich nicht. Und das Fahrrad heißt Derio und ist Baujahr 2007. Das ist wichtig, weil ab 2008 haben die den geschwungenen Rahmen gebaut und das hat einen geraden Rahmen. Und das ist so ein, ich weiß nicht wie das heißt, so eine Mischung aus Mountainbike und irgendwas Schnellem. Also schmale Reifen, Achtgang, allerdings eine Nexus. Also eine sehr schwere Schaltung, dafür geht die nie kaputt. Nexus ist eine Nabenschaltung. Eine Achtgang-Nabenschaltung. Und eigentlich ein sehr, sehr schönes Fahrrad. Findest du Nabenschaltungen gut? Ja. Warum? Weil die wartungsfrei sind. Echt? Ja. Aber ich finde Nabenschaltungen so undurch. Ich meine hier auf dem CCC mache ich mich wahrscheinlich komplett unbeliebt damit, aber ich kann halt nicht reingucken. Wahrscheinlich kann man reingucken. Hast du mal eine Nabenschaltung aufgeschrieben? Kann man die öffnen? Die kann man öffnen, aber ich habe Angst, dass ich die nicht mit zugkriege. Nein, ich habe da noch nie reingeguckt. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich wollte mir immer mal erklären lassen, wie so eine Nabenschaltung funktioniert. Das Sympathische an Kettenschaltungen ist, ich kann da alles sehen, was passiert. Musste ja auch, weil das Ding dauernd kaputt ist. Nee. Manchmal sind sie verstellt. Okay, und bei meinem alten Fahrrad zu vorne... In meinem Universum ist das kaputt. Schön, dass wir diese Realität abgleichen. Bitte. Nee. Danke. Also die einzige Kettenschaltung, die kaputt gegangen ist, war die, die ich nie gebraucht habe. Und wahrscheinlich ist sie deswegen einfach kaputt gegangen, weil ich sie nie geschaltet habe und dann verdreckt ist. Das ist wie mit Autos, die die ganze Zeit rumstehen. Apropos. Ford Fiesta zu verkaufen. Ford Fiesta zu verkaufen. Kauft doch mal endlich einer dieses blöde Auto. Nee, ich habe schon gesagt, wenn die Karre... Ich will halt nicht Scheißkarre sagen, weil das ist ein echt guter Wagen. Haben wir eigentlich schon überzogen? Nicht, dass wir hier einen auf Tour mal so verkaufen. Können wir endlich gehen? Nee. Wenn der Wagen, wenn der bis Ende Januar nicht verkauft ist, dann fahre ich damit noch mal einen Freund in Bayern besuchen, weil das ist angenehmer als mit dem Zug, weil ich dann mal umsteigen muss. Und danach tue ich den einfach auf Ebay. Auf Ebay? Und dann für ein Euro? Für ein Euro, genau. Für ein Euro Startgebot gibt es dann Fiesta Turbo Diesel. Kann aber ordentlich in die Hose gehen, ne? Inwiefern? Wenn jemand nur ein Euro bietet und alle anderen... Ja, dann hat er halt ein geiles Auto für einen Euro. Ja, aber du willst jetzt einfach los sein. Ja, weil, auch wenn ich, also ich hatte halt die Hoffnung, dass ich da vielleicht wenigstens so 1.000, 1.500 Euro noch für bekomme oder sowas, aber anscheinend will niemand diese Karre haben, obwohl die wirklich gut ist. Das Problem ist halt, wenn ich den habe, kostet er mich 1.000 Euro im Jahr. Einfach nur dafür, dass er da steht. Versicherung, Steuern, Reparaturen, die du trotzdem machen musst. Aber du kannst ihn auch abmelden. Das ist eine super Idee. Und dann stelle ich den mit so einem holländischen Nummernschild bei mir vor die Tür, damit die Bullen nichts merken. Aber wieso beim Händler? Steht der doch jetzt abgemeldet oder nicht? Nee, der steht da natürlich noch angemeldet, weil man ja gelegentlich vielleicht damit eine Probefahrt machen will. Da macht man so ein rotes Nummernschild dran für eine Probefahrt. Stimmt. Aber ich will den halt nicht mehr haben. Und wenn ich, 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 wenn ich meinem Schrauber, habe ich meinem Schrauber schon gesagt, willst du ihn haben? Ich schenke ihn. Die hat er gesagt, nee. Und das ist der Typ, der das Ding repariert hat. Scheiße. Ja, dann wird er einen Grund haben. Ja, der fährt halt, der fährt halt den ganzen Tag Mercedes. Also der fährt halt Mercedes. Wenn ihr in Berlin seid und eine Fiesta kaufen wollt, nicht die, nicht die. Aber, ja. Der ist super. Irgendwie gibt es eine Diakonie? Ja, nee. Na, das würde ich dann wahrscheinlich eher mit der... Irgendwas humanistisches, wo man... Wieso soll ich nicht... Diakonie ist ja Christenkram. Ja, mein Gott. Ich trinke auch Wein von Esoterikern. Okay. Ist auch nicht besser. Ähm, nee, also das würde ich dann tatsächlich, glaube ich, machen. Ach, irgendwas von Esoteriker? Ja, Demeter. Ah. Demeter sind die Kackehahnchenvergräber, ja. Nee, ich würde den dann wirklich, also auf Ebay packen und sagen, okay, für einen Euro, da ist irgendwas umgefallen. War es ein Mensch? Nein, das ist mir mal eine Kiste mit Dingen. Würde den dann irgendwie auf Ebay packen und wenn ich Pech habe, geht er halt für einen Euro weg, wenn ich Glück habe, geht er für einen Tausender weg und dann, was weiß ich, dann wird es ja abzüglich der Gebühren spende ich das halt oder irgendwie sowas. Hauptsache, ich bin denn los, weil ich will kein Auto haben. Das kostet halt die ganze Zeit Geld. Und ich fahre nicht mal damit. Ich habe es nicht mal. Ja. Ja, es ist auch ein Grund für uns, kein zweites Auto anzuschaffen, weil das einfach diese laufenden Kosten sind einfach... Dafür, dass es da steht. Ja, ein Hunderter im Monat ungefähr. Es ist echt schade, dass es kein ordentliches Carsharing-System bei uns auf dem Lande gibt. In Karkensdorf ist zwar der Nabel des Internets, aber nicht... Ja, ich habe 50, ein Bit Downstream. Ja, toll. Können wir mal hier fragen, wer hat mehr? Die brauchst du halt auch, weil du da nicht wegkommst, weil es keine Autos gibt. Das hast du nicht gesehen. Nee, kann ich das nochmal sehen? Ganz viel. Ihr wohnt alle auf dem Dorf? Ja. Ja, jetzt sind die Themen alle. Frag doch nochmal, ob irgendjemand... Oder ich lese jetzt Nachrichten vor. Nee, das zieht einen immer so runter. Schäuble warnt... Du hast doch... Nee, komm, höre öff. So. Hast du nicht sonst noch was geguckt, hier gesehen, gelernt, gemacht? Also hier gibt es doch jede Menge tolle Sachen. Also Lockpicking war toll und dann der Laser halt vom Walle. Fab Lab heißt das. Die haben halt so ein 40 Watt Lab. Fab Lab. Da kann man bestimmt auch unanständige Sachen mitmachen, die dann aber wehtun und... Keine Ahnung, zumindest haben die halt Sachen in Dinge reingelasert. Es möchte also tatsächlich niemand... Entschuldige, das ist nichts Persönliches. Es möchte also tatsächlich niemand eine Realität abgeglichen haben. Hier, zum Beispiel der, wo draufsteht, Yippie-Jay-Jay-Schweinebacke. Was übrigens so ziemlich die... Eine der erbärmlichsten Synchronbuch-Übersetzungen ist, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Aber genau deshalb ist sie ziemlich geil. Deshalb, was es da draufsteht. Im Original Yippie-Jay-Motherfucker. Ja. Genau. Holgi, ich habe eigentlich eine Frage an dich. Oh cool, also fragen Sie Ihren Podcast. Warum sind wir da nicht früher draufgekommen? Keine Ahnung. Fragen Sie Ihren Podcaster. Kommt nicht mit Realitäten, kommt mit Fragen. Und zwar habe ich gerade das Problem, dass ein Kumpel von mir... Ein Auto kaufen Sie. Nee, leider nicht. Fahrrad. Hat er gerade gekauft. Kamera? Kamera? Hat er auch gerade. Übrigens, mein Schwager hat gerade eine 6 in Nexus gekauft. Egal. Der hat was? Eine 6 in was? Eine Sony Nexus. Nee, 6000 Alpha gekauft. Die ist schön. Ja, nach deinem Podcast. Egal. Schöne Kamera. Wurscht. Nee, ein Kumpel von mir ist seit 7 Jahren verheiratet und hat jetzt herausgefunden, dass seine Freundin wahrscheinlich, nenne ich schon zufrieden, wie heißt es, Borderlinerin. Und ich weiß, du hast viele Erfahrungen. Die Frage ist, was kann ich ihm sagen? Damit er... Ja, da kann ich loslassen. Alter. Ich weiß, dass du gesagt hast, lass die Finger. Hier, noch ein Bier. Ich bin kein Psychologe. Ich habe ein paar Semester Psychologie studiert. Ich habe zwei Ex-Freundinnen, die Borderlinerin sind. Magst du kurz erklären, was Borderline ist? Die Borderline-Persönlichkeitsstörung heißt Borderline, weil sie eine Persönlichkeitsstörung ist, Entschuldigung, weil sie eine Persönlichkeitsstörung ist, die auf der Grenze, Border, auf der Grenze zwischen Psychose und Neurose liegt. Kurz gesagt oder einfach gesagt, Neurose ist, du hast deine Waffel und kriegst es mit. Psychose ist, du hast deine Waffel und kriegst es nicht mit. Und Borderliner kippen halt so mehr oder minder hin und her. Das ist jetzt sehr, sehr, wenn jetzt hier irgendwie Psychologen oder Therapeuten oder sonst was sitzen, das ist sehr, sehr vereinfacht erklärt. Die haben, ja genau, die kriegen es mal mit, mal nicht. Also die sind teilweise in der Lage zu reflektieren, dass sie eine psychische Störung haben. Teilweise sind sie nicht in der Lage, das zu reflektieren. Teilweise ist halt die Störung die Realität. Ich kann keinen guten Rat geben. Ich weiß nur, ich habe für mich, also der gute Rat, den ich mir gebe oder die Strategie, die ich habe, ist, wenn ich irgendwann nochmal über eine Borderlinerin stolpern sollte, falls ich irgendwann nochmal eine Beziehung mit einer habe und erkenne, es ist eine, werde ich so schnell wie möglich die Reißleine ziehen und aus dieser Beziehung rausgehen. Weil ich weiß, dass ich gegen diese Störung nicht anarbeiten kann. Ich kann ihr nicht helfen, jedenfalls nicht unmittelbar. Also ich kann diese psychische Störung nicht wegmachen. Das heißt, ich muss lernen, damit zu leben, dass sie die hat. Und das ist, glaube ich, das, was du ihm sagen musst. Er muss lernen, damit zu leben, dass das nie mehr weggeht. Was da möglicherweise stört, was da möglicherweise irgendwie wehtut. Und es gibt halt jede Menge Bücher, die sich damit beschäftigen, worauf man sich gefasst machen muss, wenn man mit einer Borderlinerin zusammen ist oder mit einem Borderliner. Das trifft wesentlich öfter Frauen. Also aus irgendeinem Grund gibt es mehr Borderlinerinnen als Borderliner. Eins davon ist, das hat mir sehr geholfen, das heißt Schluss mit dem Eiertanz. Das kannst du vielleicht kaufen, ihm schenken und einfach sagen, hier lies es dir durch, das ist deine Zukunft. Und wenn er glaubt, dass er die Kraft hat, das einfach durchzustehen, also diese Stimmungsschwankungen, was dir passiert ist, also das ist mir passiert. Wir waren im Wohnzimmer, vor mir saß die größte Liebe, die ich mir vorstellen kann. Ich gehe in die Küche, um mir ein Getränk zu holen, komme wieder und vor mir sitzt der größte Feind, den ich mir vorstellen kann. Getriggert durch irgendwas, was ich nicht weiß. Ja, man kann es wirklich schwer beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ich habe halt mehrere Bücher gelesen, das Beste, wie gesagt, fand ich Schluss mit dem Eiertanz und habe danach gesagt, okay, ich weiß, ich werde das nicht aushalten. Also ist das Beste für mich und auch das Beste für sie, dass ich das beende, dass ich da irgendwie rausgehe, was natürlich in einer Beziehung zu einer Borderlinerin noch schwieriger ist, als irgendeine Beziehung zu beenden. Das heißt, wir können die Frage nicht beantworten, weil wir den Typen nicht kennen. Nein, wir können die Frage nicht beantworten, die Frage kann nur er beantworten, aber was du machen kannst, du kannst ihm Rüstzeug an die Hand geben, überhaupt mal zu durchdringen, wie die Frage lautet, weil das weiß man in der Regel nicht. Ihr habt mir super geholfen, der Tipp ist super, danke. Das ist eine sauschwierige Realität. Es ist nicht nur eine sauschwierige Realität, sondern es ist eine sehr, sehr umfassende Realität und es gibt sehr viele Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Gibt es da eine Prozentzahl, weißt du das? Das weiß ich nicht, nee, aber das geht in die Millionen. Ach du Scheiße. Ja, das geht wirklich in die Millionen. Bei vielen merkst du es nicht, man sagt so, wenn sie 30 geworden sind und es überlebt haben, also irgendwie die 30 geschafft haben. Sind die stark selbstmordbefällig oder wie sterben die? Nee, dass du einfach komplett durchdrehst, dass du einen Überblick verlierst, dass du weiß ich nicht, eingeliefert wirst oder dich umbringst oder weiß der Geier was. Also zur Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört das selbstschädigende Verhalten, Ritzen, häufig wechselnder Geschlechtspartner, Saufen, Magersucht, also selbstschädigend halt. Das ist auch was, kann man ganz gut, ja, ich habe immer ein bisschen Probleme, die Wikipedia zu empfehlen, aber da ist es zumindest mal so weit aufgedröselt, dass du auch siehst, wie viele verschiedene Ausprägungen dieser Störung es gibt. Das sind zig. Manche sind depressiv, manche sind aggressiv, manche sind ne, 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 ne. Alle, oder fast alle lassen sich darauf zurückführen, dass du ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit hattest, also meistens sind es solche Übergriffe, sexueller Missbrauch in der Familie und sowas. Okay, also es ist keine physiologisch begründete Sache, dass irgendwie genetisch was kaputt ist? Ich weiß nicht, ob das möglicherweise auch ein, also es ist, also meine Kenntnis ist, dass es, ja, durch äußere Einflüsse. Ist ja auch egal, wo es herkommt, wenn es erstmal da ist. Und man sagt halt, wenn es bis 30 durchgehalten ist, dann hast du es geschafft, deine Krankheit, es ist eine Krankheit, das darf man nie vergessen, das ist nicht irgendwie ein Wesenszug, auch wenn sich Borderliner wie Arschlöcher verhalten. Also die Wirkung auf dich ist halt immer, dass ein Arschloch dir gegenübersteht, das sind keine Arschlöcher, das ist wirklich wichtig, du bist zwar ein Opfer, aber derjenige, der dich zum Opfer macht, hat nicht beabsichtigt, dich zum Opfer zu machen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das immer im Hinterkopf zu bereiten, das passiert nicht absichtlich, das ist nicht willentlich, die wollen dir nichts Böses, die können halt nicht anders. Nichtsdestotrotz musst du für dich überlegen, ob du dich wie ein Arschloch oder von wie einem Arschloch behandeln lassen willst. Das ist unglaublich schwer. Ich glaube, wenn du einmal akzeptiert hast, dass es eine Krankheit ist, ist es aber immerhin schon mal einfacher. Für den Erkrankten oder für dich? Für dich, als Betroffene. Nee, das ist halt nicht einfacher und genau das ist das Problem, weil du leidest halt genauso. Ob ich dir jetzt aufs Maul haue, weil ich dich nicht leiden kann oder ob ich dir aufs Maul haue, weil ich zucke, deine Nase tut hinterher weh. Ja, aber ob ich hinterher mich nochmal mit dir zusammensetze, hängt ja davon ab, ob ich beurteilen kann, ob du das aus Willkür gemacht hast oder aus Krankheit. Nee, du musst halt jedes Mal damit rechnen, dass ich dir auf die Nase haue. Richtig, richtig. Und das musst du ertragen können. Wenn du das aus Willkür machst, dann habe ich wenigstens noch das Gefühl, ich könnte entweder zurückschlagen oder könnte es vielleicht beeinflussen, ob du mich schlägst oder nicht. Wenn das eine Krankheit ist, kann ich das nicht beeinflussen. Es sind halt, worauf ich hinaus wollte, es sind halt sehr, sehr viele Menschen, die das haben. Bei Männern ist es oft so, dass sie es weitergeben, also dass sie einfach aggressiver werden. Bei Frauen ist es oft so, dass sie es nach innen wenden, also dann eben das selbstschädigende Verhalten viel stärker wird. Man muss das, ich glaube, man muss das ernst nehmen. Ich glaube, dass das eine Krankheit ist, die völlig unterschätzt ist. Ähnlich wie Depressionen ist auch so ein Ding, wo aus irgendeinem Grund, ich vermute auch mal, dass das so eine kapitalistische Reaktion ist, die sagt, wenn du Depressionen hast, stell dich nicht so an, sei gefälligst leistungsfähig wie alle anderen auch, aber das geht halt nicht. Das ist halt eine Krankheit. Es ist halt, als würdest du jemandem sagen, rotz mal deine Viren raus, die gerade 39 Fieber machen. Das kannst du halt auch nicht. Nimm halt eine Aspirin. Ja, nimm halt eine Aspirin, das geht halt nicht. Und das ist, genau wie bei der Depression, wo ja auch oft gesagt wird, ja, das ist so eine Modeerkrankung, gab es halt auch viele Jahre oder Jahrzehnte dieses, ja, Borderline hat ja jetzt jeder. Ja, mag sein, aber das macht es nicht besser. Also Depressionen ist mir gerade dieses Jahr übrigens zweimal begegnet. Borderline begegnet dir ständig. In meinem Freundeskreis habe ich zweimal gehabt, dass die Leute für Wochen oder sogar Monate dann stationär in Behandlung waren, um die Depressionen wegzukriegen. Und das ist halt, also in meiner Dunstblase, Filterblase ist das mittlerweile eine akzeptierte Krankheit, Borderline, noch gar nicht so. Ja, kann ich dir zeigen. Also wir können hier durchlaufen mit 50 Leuten reden und ich zeige dir fünf Borderliner. Das ist... Also wer von euch möchte gerne mit uns reden? Nein, ich habe, das ist mein, witzigerweise, mein Glück im Unglück. Ich habe aus diesen zwei Beziehungen und der Beschäftigung mit diesem Thema und auch einige gute Freundinnen von mir sind auch Borderlinerinnen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Sensorium dafür entwickelt, wann ich es mit Borderlinern zu tun habe und wann nicht, weil ich erkannt habe, wie ich auf die reagiere. Also ich erkenne Borderliner an der Reaktion, die ich auf sie zeige. Das ist ganz witzig. Also das ist immer ganz interessant. Das ist so ein bisschen der Lackmustest. Und ich habe mich noch nie geirrt. Und das ist echt gruselig. Also das ist wirklich... Vielleicht ist das eine neue Karriere-Chance für dich. Das ist total gruselig. Also ist allerdings auch noch nicht so lange. Also 2008 war das letzte Mal, dass ich damit so konfrontiert war. Puh. Hat noch jemand was Lustiges zu erzählen? Irgendwelche lustigen psychischen Störungen? Keiner. Keiner? Ja. Dann müssen wir es jetzt mit den Nachrichten. Ich kann da überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Schäuble warnt Athen vor Abkehr vom Sparkurs. Bundesfinanzminister Schäuble hat Griechenland vor... Es wird leiser, wenn ich das vorlese. Das ganze Hintergrundgemurmel wird leiser. Ja, die sind froh, dass sie endlich mal Nachrichten mitkriegen. Also endlich mal was von draußen. Vor einer Abkehr vom Sparkurs gewarnt. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, die harten Reformen seien alternativlos. Ist Fefe irgendwie... Fefe habe ich eben bei den Waffeln gesehen. Und er hat auch gesagt, er würde mich sofort zum Bundespräsidenten wählen. Weil er dann Waffeln kriegt. Und er erzählte, dass sie ihn schon gefragt hätten, ob er über 40 wäre. Weil das wäre ja auch eine der Voraussetzungen dafür, Bundespräsident zu werden. Fefe als Bundespräsident wäre geil, oder? Keine Ahnung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört. Was? Fefe? Ja. Du sollst es nicht hören, du sollst es lesen. Ach, das Blog, ja genau. Ist es das Blog oder der? Nein. Auch EU-Wirtschafts... Danke. Auch EU-Wirtschaftskommissar. Was ist denn jetzt schon wieder? Nee, ich wollte eine Umfrage machen. Dann fiel mir ein, dass es natürlich Das Blog heißt. Wir haben es damals erfunden. Haben wir? Nee, ihr nicht. Achso, ach du mit hier. Ja, Dings. Dings, genau. Spreeblick. Nee. Oder was? Was? Nein. Warst du nicht früher mal bei Spreeblick? Ja, ich habe da mal mitgemacht. Ja, siehst du? Nein, ich war damals dabei, als das mit dem Bloggen angefangen hat. Und da hieß das Das Blog. Ja. Und dann kamen die Journalisten und haben der Blog geschrieben. Ja. Weil es halt Journalisten sind. Da sind wir wieder. Pressfitting. Und dann hat sich das irgendwie durchgesetzt. Und jetzt steht halt im Duden, dass es das Blog und der Blog genannt wird. Und viele Menschen gehen halt hin und sagen, ja, der Duden erlaubt das aber, beides zu sagen. Und dann sage ich immer... Das Duden ist mir egal. Nee, dann sage ich immer, weil ich habe nämlich, das war, oh was, das ist auch zehn Jahre her oder so. Da haben wir mal einen vom Duden interviewt. Ja. Zehn Jahre? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und der sagte halt, dass der Duden irgendwann aufgehört hat, preskriptiv zu sein. Also vorzuschreiben, wie Worte angewandt werden. Die machen das nur noch mit der Rechtschreibung. Also die sagen, die korrekte, so nach der Rechtschreibreform, also wo sind die Komma, wo kommt das hin und wie schreibt man Worte? Das übernehmen sie. Genau. Was ist das, ne? Semantik. Nee. Nicht? Semantik-Nazi. Semantik ist die Bedeutung. Ja. Syntax. Syntax. Nee. Wie heißt das? Wie sagt man? Wenn man Kommasetzungen falsch macht, ist man schlecht in? Grammatik. Ah, danke. Gerne. Also, dass der Duden bei solchen Sachen nicht mehr preskriptiv ist, also der sagt nicht mehr, wie es richtig ist, sondern der ist deskriptiv, der sagt, wie es gemacht wird. Darum steht da jetzt Globusse drin. Damit kriege ich euch. Globusse? Ich habe über Globusse in... Heißt das nicht Globulen? Das Globulo. Das Globulo-Syndrom. Was ist denn jetzt mit Schäuble? Ist mir doch egal. Die vorgezogene Neuwahl am 25. Mein Negroni ist fast alle. Wir haben Neuwahl am 25. Januar. Nein, die Griechen. Ach, Scheiße. Das wäre es gewesen, oder? Aber dann kann ich nicht mehr kandidieren. Kannst du sowieso nicht. Natürlich kann ich. Nein, vielleicht lasse ich es einfach. Kurz. Wer ist der Meinung, dass Tobi noch kandidieren kann? Das ist nett. Dankeschön. Wer ist der Meinung, dass Tobi das mal lassen soll? Geh kandidieren. Jetzt hast du den Salat. Ich überlege mir das. Das wird ein Spaß. Dann schenke ich dir wieder ein, wenn es schief geht. Natürlich geht es schief. Ich werde auch nicht gewählt, aber kandidieren kann ich ja. Ich würde dich wählen. Das ist gar nicht so einfach. Du kannst mich nicht wählen. Darum würde ich dich wählen. In welchem Wahlkreis wohnst du? Berlin. Der. Dings. Tempelhof. Tempelhof. Ja. Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Aber wenn ich da kandidiere, dann muss ich da die 200 Unterschriften sammeln. Da will ich ja gar nicht hin. Du kannst aber, wir haben ja so Mehrfamilienhäuser, da hast du das einfacher. Ja, aber Klinkenputzen habe ich. Außer wenn du bei meinem Nachbar Serdar klingelst, wenn der gerade von der Nacht schiebt. Ich bin bei Klinkenputzen schon bei mir in der Straße gescheitert. Das war unmöglich. Ich habe bei vier Leuten geklingelt und dann mit denen geredet. Und ich habe auch von allen eine Unterschrift bekommen, aber man muss ja mit jedem dann auch reden und sagen, was man da tut und warum man das tut. Das ist zu anstrengend. Klinkenputzen mache ich nicht. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal Klinkenputzen putze. Ah, Klinkenputzen. Wenn ich das nächste Mal rechtzeitig anfange und genügend Zeit habe, dann stelle ich mich auf so einen Marktplatz. Du bist echt nach einem halben Bier schon, so wie ich nach einem halben Tag. Gesund ist das nicht. Was ist jetzt mit Schauspielern? Das ist nicht gesund, was du da machst. Das ist doch gesund, das ist leer. Kriege ich hier noch einen Negroni irgendwo? Trink doch das hier. Das ist ein Zombie. Ist mir egal. Willst du nochmal? Nee. So. Rede ich lieber hier über Radio Liberty. Aber du hast das mit dem Schäuble noch gar nicht zu Ende erzählt. Das ist doch scheißegal, was der Schäuble stimmt. Oder? Also mir zumindest. Es geht irgendwie um Griechenland. Sind hier Griechen anwesend? Ich möchte euch nicht irgendwie definieren. Wer von euch ist der Meinung, dass hier Griechen anwesend sind? Wer von euch ist der Meinung, dass hier keine Griechen anwesend sind? Das mit den Umfragen. Wer von euch ist nicht der Meinung, dass hier Griechen anwesend sind? Ist das eigentlich dasselbe? Das hier? Äh, ja. Okay. Sag ich einfach mal. Okay. Um das abzuwürgen. Das ist auch nicht so bemüht. Also, Schäuble warnt Athen vor Abkehr vom Sparkurs. Ja, natürlich will der sich da irgendwie einmischen. Weil er irgendwie meint, wenn er sich jetzt nicht mal einmischt, dann steht ja Merkel bedroht da, dass sie sich vorher eingemischt hat. Oder? Aber warum verlangt er das? Also, das muss doch eigentlich im Interesse der Bundesrepublik sein, dass die Griechen wieder Geld ausgeben wie Hulle. Weil von diesem Geld sie unsere Produkte kaufen und unsere Banken denen dann Kredite geben können, um diese Produkte zu kaufen. Da ist einer, der Ahnung hat von der griechischen Währungspolitik. Rettet uns halt einfach. Ich habe zufällig Nachrichten gelesen. Hey. Hallo, wer bist du? Olli. Hallo Olli. Es ist quasi so, dass im Griechenland... Du musst das Mikrofon leeren, das ist ein Nahbesprech. Danke. Der dritte Wahlgang des Präsidenten in Griechenland ist gescheitert. Und damit werden die Wahlen vorgezogen im Januar. Und das Linksbündnis Syriza hat momentan die Mehrheit. Und das Linksbündnis verlangt, dass der Sparkurs aufgegeben wird und mehr investiert wird, oder wie? Es besteht einfach die Befürchtung von den Neoliberalen, dass das passieren könnte, falls die Mehrheiten so bleiben. Aber es müsste doch ein Sinn der Neoliberalen sein, dass die Griechen mehr Geld ausgeben, weil sie kaufen davon ja unsere Produkte. Also das ist ja der Trick, womit wir diese ganze Krise überlebt haben. Du hast es wahrscheinlich eben gerade gesagt, aber ich habe dir natürlich nicht zugehört. Ist denn die Sparpolitik gut für die Griechen oder für uns? Die Sparpolitik ist in erster Linie gut für die Griechen, weil die Griechen nicht mehr so viel Geld ausgeben, was sie vorher gemacht haben, um unsere Produkte zu kaufen. Also wir haben halt die Griechen, die Südländer, wie es immer so schön heißt, wir haben die halt niederkonkurriert, weil unsere Lohnstückkosten niedriger waren als der. Was sagt eigentlich Pegida zu den Südländern? Keine Ahnung, ich rede mit denen nicht. Ich höre da auch nicht hin. Sind wir wieder bei Schneegida. Aber es liegt gar kein Schnee mehr. Die haben schon gewonnen. Guck mal, einmal irgendwie Hashtag in den Trending Topics, schon ist der Schnee weg. Mach mal weiter hier. Ein Glück passiert das nicht bei Pegida. Radio Liberty in Baku. Bundesregierung fordert Wiederaufnahme des Betriebs. Die Bundesregierung hat die Behörden in Aserbaidschan aufgefordert, nicht weiter gegen den Sender Radio Free Europe vorzugehen. Der Menschenrechtsbeauftragte Stressa sagte in Berlin... Stressa? Kennst du den? Super, nee, aber Stressa. Stressa, für Menschenrechte ist das super. Ey, Menschenrechte, komm ey! Komm jetzt! Stress mich nicht. Komm, genau. Die Mitarbeiter müssten ihrer Tätigkeit frei und unbehindert nachkommen können. Am zweiten Weihnachtstag hatten aserbaidschanische Ermittler die Räume des Senders in Baku durchsucht und mehrere Journalisten festgenommen. Die Sendergruppe Radio Free Europe, Radio Liberty wird von den USA finanziert. Sie sendet deshalb vor allem in Staaten der früheren Sowjetunion. Ja, das ist so ein Propagandasender, der ist sehr lustig. Den habe ich früher gerne gehört. Ist das so wie Russia Today, nur andersrum? Na, nicht ganz so. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Radio Free Europe wirklich diese, also die propagieren diese Freiheit im kapitalistischen Sinne. Was ja immerhin noch, wenn man das irgendwie so ein bisschen runter bricht, so eine prinzipielle Freiheit bedeutet. Was Russia Today macht ist, die verkünden ja, was die russische Regierung letztendlich für richtig hält. Und das hat wenig damit zu tun, dass du dich innerhalb deren, wie nennt man das denn, deren Parametern frei bewegen kannst. Also das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied. Kann natürlich auch sein, dass ich komplett versaut bin, weil ich aus dem Westen komme. Ich weiß nicht, also ich denke, das Gegenstück zu Russia Today, weil, dass unser demokratischer Kapitalismus im Nahen Osten gut funktioniert, haben wir ja zum Beispiel im Irak sehr gut gesehen. Denen geht es ja jetzt super, die haben Frieden und Demokratie, bis der Arzt, also der Arzt kommt halt leider. Also es funktioniert halt eben nicht. Es gibt halt nicht genug Ärzte, die kommen müssten, um im Irak die Verwundeten zu versorgen. Wenn das westliche Propaganda in Aserbaidschan ist. Ich bin ja auch immer sehr schnell damit zu sagen, wie gut das mit der Demokratisierung funktioniert, sehen wir ja im Irak, über eine Million zivile Tote, ohne dass da irgendwie Krieg ist. Was mir fehlt, ist die ganzen Iraker mal zu fragen, wie ist das eigentlich? Würdet ihr lieber noch Saddam haben oder findet ihr diese Freiheit in Unsicherheit besser? Wir gucken halt immer aus unserer Perspektive und Freiheit in Unsicherheit bedeutet für uns, hey, Bundesrepublik Deutschland, Krankenversicherung, Hartz IV, also wir haben halt keine echte Unsicherheit. Wir können nach unseren Maßstäben hart fallen, aber wir können nach weltweiten Maßstäben überhaupt nicht hart fallen. Wir fallen sehr, sehr weich. Weil wir werden immer ein Dach über dem Kopf haben, wir werden immer was zu essen haben und immer eine medizinische Versorgung haben. Und aus dieser Perspektive ist es halt immer sehr einfach zu sagen, ja, den Irakis, wer ist der Meinung, den Irakern würde es viel besser gehen, wenn Saddam noch regieren würde. Dann wären sie zwar unfrei, aber sie hätten nicht ständig die Bedrohung durch irgendwelche Attentate. Ich weiß aber nicht, und das ist eigentlich was, was mich umtreibt, ich weiß nicht, ob es ihnen wirklich besser geht. Müssen wir vielleicht mal den Staatsbürgerkunde-Podcast fragen. Nee, der geht um die DDR. Richtig. Das war auch eine andere Staatsform. Ja, aber da sind aber nicht ständig irgendwelche Honks mit Sprenkel und so rumlaufen. Das ist richtig, ja. Das ist natürlich anders. Aber ich meine, wenn du über die Grenze willst und dann erschossen wirst, ist auch nicht wirklich Freiheit, ne? Das ist richtig. Die waren ja eingesperrt. Aber auch das ist nochmal eine andere Freiheit. Ja. Ich weiß es nicht. Das sind so Sachen, also solche Irak, natürlich bin ich immer sehr leicht dabei zu sagen, unter Saddam hättet ihr jetzt irgendwie Giftgas. Wir reden gar nicht übrigens über Irak, sondern Aserbaidschan. Ja, das kennst du einen, kennst du alle. Das ist ja ähnlich weit weg in der Richtung da. Da hinten. Hinterm eisernen Vorhang irgendwo. Können wir jetzt nach Hause? Hat noch jemand eine Realität hier abgleichen? Du willst nach Hause? Ich habe bestimmt noch irgendwer eine Realität hier abgleichen. Oder eine Frage an Holger. Da hinten. Ganz da hinten. Als ich vorhin dieses moderne, publikumsbeteiligte Realitätsabgleichs-Sonderformat mit Holger besprochen habe, sagte er... Als wir es entwickelt haben. Entwickelt. Als wir es entwickelt haben, hat Holger gesagt, komm, wir lassen uns einfach huldigen. Wir setzen uns hin und lassen uns huldigen. Irgendwas musste ich sagen. Jetzt ist da so viel... Oder vor dem Holgi. Nee, Tobi wird geholt. Heißt das der Holgi oder das Holgi? Was sagt das Publikum? Jetzt ist es Zeit für eine Publikum. Okay, das will ich sehen. Trau dich. Wer ist dafür, dass es das Holgi heißt? Oha, oha, oha. Ihr kommt nachher alle Backstage und dann setzt's was. Ich danke euch. So, eine Realität. Also, ich heiße Ole. Was findet ihr dieses Jahr im Kongress besonders bemerkenswert? Wird gut oder schlecht? Und wie weit sind die Bauarbeiten am Spaßbad in Saal 1? Ich fange mit der letzten Frage an. Ich habe versucht zu räumen. Bin da auf größere Widerstände gestoßen. In Form eines sich kaputt lachenden anderthalbjährigen Mädchens. Die war süß und hieß Katharina. Ihr meint, hast du sie zum Lachen gebracht? Nee, das war nicht ich. Das war meine Freundin. Aber die ist doch nicht anderthalb. Nee, aber die hat die anderthalbjährige zum Lachen gebracht. Ach so. Ich finde bemerkenswert, wie voll es ist. Ich fand letztes Jahr, also es ist mein zweiter Kongress seit dem Jahr 2000. Ich finde es irre voll. Hier laufen irre viele Menschen rum. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Und ich finde interessant, dass Snowden fast nirgendwo mehr so konkret auftaucht. Also, dass wir einen Schritt weiter sind. Und darum heißt es wahrscheinlich auch A New Dawn. Weil wir uns über Snowden hinwegleisten. Nein, also, alle, die sich damit beschäftigt haben, alle, die überhaupt einen Kopf zum Denken benutzen konnten, auch bevor Edward Snowden geleakt hat, sich ausrechnen, dass es genauso ist wie das, was Snowden uns mitgeteilt hat. Dann hatten wir letztes Jahr halt die Empörung darüber. Also, jetzt haben wir Gewissheit, jetzt kann man es nicht mehr leugnen. Und jetzt sind wir halt einen Schritt weiter. Und das ist halt die, ich habe das Gefühl, dass weniger, wie nennt man das denn, weniger Paranoia da ist. Also, weniger so konkrete Beunruhigung, sondern dass so ein bisschen so ein Aufbruch stattfindet. Ist schwer zu greifen, das Gefühl. Du meinst, man ist beruhigt, dass die Beunruhigung jetzt letztendlich als berechtigt erwiesen ist. Genau, jetzt müssen wir uns wenigstens nicht mehr von irgendwelchen Idioten erzählen lassen, dass wir ja spinnen und dass wir Verschwörungstheoretiker sind. Wir haben es halt zehn Jahre lang erzählt. Dann beantworte ich mal die erste Frage. Und zwar fand ich bemerkenswert am Kongress, dass wir hier angekommen sind heute Mittag um zwölf und es war halt noch keiner da. Beziehungsweise die, die da waren, haben geschlafen. Die lagen irgendwo in der Ecke und waren entspannt und haben gepennt und überall wurde geschnarcht. Beste Antwort, die ich gekriegt habe, habt ihr eine Schere? Nee, aber am Infodesk, die müssten spätestens eine halbe Stunde wach sein. Es war so, es ist irgendwie furchtbar entspannt. Das war das letzte Jahr auch schon. Aber irgendwie heute Mittag war es so. Jetzt eben gerade kurz vor der Sendung bin ich hier rumgelaufen. Es war wahnsinnig voll und alle sind aufgerichtet und hergelaufen, weil irgendwo interessante Talks sind. Ich habe das Gefühl, wahnsinnig viel verpasst zu haben. Das ist immer so? Also das hatte ich letztes Jahr auch. Das ist so ein bisschen... Ich suche schon mal das Outro raus. Wie man sich früher die CeBIT gewünscht hat, so ist es hier eigentlich. Ich habe mir die CeBIT überhaupt nicht gewünscht. Doch, ich als Jugendlicher oder als so Aufwachsender dachte immer, CeBIT, da geil, da muss man da hin, da sind die tollsten Sachen. Und das ist irgendwie alles ganz furchtbar spannend. Letztendlich waren da auch nur große Displays. Ja, ich bereite mich aufs Wetter vor. Willst du raus? Ich bin nach Hause. Das heißt, der Kontrast zwischen heute Abend und heute Mittag, als ich... Soll ich es dir größer stellen? Nee, ich dachte, das kannst du ja machen. Das ist aber nett. Aber red ruhig weiter. Heute Mittag furchtbar entspannt und ruhig. Und so, ich fühlte mich willkommen. Das war... Wir sind als erstes irgendwie so runtergestolpert in diesen Bereich, wo diese ganzen Hackerspaces sind und der Laser steht und die großen Displays aus der CeBase und so. Und da war es so ein bisschen, was geht hier eigentlich? Aber eigentlich ging gar nichts, weil alle gepennt haben. Und dann hat Kimonis... Hallo Kimonis, ich grüße dich jetzt, damit du aufstehst und dein Tanzfolge... Ich wollte es immer mal live sehen. Ach, das können wir doch mal machen. Ein extra Applaus für die Shownotes, bitte. Die Shownotes mit einem wahnsinnigen Applaus. All hail the Shownotes. Der hat uns hier eine Hausführung gegeben. Ja. Das ist einmal irgendwie komplett gezeigt, wo welche Seele sind und wo welche Bereiche sind. Und das war halt noch alles leer und ruhig und entspannt. Und überall war man willkommen und alle waren freundlich. Was du sagst, das mit dem Willkommensein, das empfinde ich halt auch so. Also hier ist... Ja, man fühlt sich hier willkommen. Also ich treffe hier auch Leute. Also ich laufe hier Leuten über einen Weg, die ich nicht leiden kann. Und ich weiß auch, dass mir hier Leute über den Weg laufen, die mich nicht leiden können. Aber trotzdem gehen wir irgendwie untereinander respektvoll aus dem Weg. Und das ist so... Ja, es ist schon eine eigene Welt. Also jeder ist irgendwie willkommen. Selbst deine Feinde sind irgendwie willkommen. Das ist schon sehr einzigartig. Ich habe hier gar keine Feinde. Ja, du nicht. Noch nicht. Noch nicht. Es kommt noch. Mal gucken. Du musst nur lang genug mit mir rumhängen. Bevor ich jetzt das Wetter vorlese, ich fand das total super, dass hier so viele gekommen sind. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Hat Spaß gemacht. Schade, dass ich euch nicht gesehen habe. Aber... Du musst nur so machen und gelegentlich eine Umfrage. Kommen wir zum Wetter. Darf ich die Hälfte? Darf ich wenigstens die Hälfte? Weil das ist so... Dann machst du das für morgen und ich für heute oder was? Oh Gott, wo fängt denn das für morgen an? Oder du fängst... Wo fängt denn das für morgen an? Da, die weiteren Aussichten. Da, wo morgen steht. Ich mache die weiteren Aussichten. Ah, okay. Das reicht mir. In der Nacht im Norden, das ist hier übrigens für Leute, die von weiter angereist sind. Hier ist es im Norden von Deutschland. Sind wir nördlich der Elbe? Ja. Dann ist alles gut. Und in der Mitte, wo ist eigentlich die Mitte? Ich dachte früher immer, Frankfurt sei die Mitte, aber das ist viel weiter südlicher als die Mitte. Na, ich glaube schon, dass Frankfurt die Mitte ist, aber mitteldeutscher Rundfunk. Nur weil du in Frankfurt gewohnt hast. Ja. So wie an den Alpen, das ist ganz im Süden, das weiß ich, erneut Schneefall. Im Nordwesten teils gefrierender Regen, Tiefstwerte zwischen 0 und minus 10 Grad. Was? Du musst nochmal einen Kommentar zu dem Alkoholkonsum sagen. Welchem? Du hast nur ein halbes Bier getrunken, spiel dich mal nicht so auf. Trink noch ein halbes Bier. Minus 10 Grad ist aber kalt morgen, am 30. Dezember 2014. Es wird ein Dienstag sein. Überwiegend stark bewölkt. Im Norden Regen, in der Mitte und im Süden Schneefall. Am Alpenrand länger anhaltend und intensiv. Höchstwerte von minus 5 Grad im Allgäu bis plus 6 Grad an der Nordsee. Die weiteren Aussichten. Am Mittwoch weitere Niederschläge im Norden als Regen, im Süden als Schnee. Im Tagesverlauf im Südwesten Wolken Auflockerungen bei minus 4 bis plus 6 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Du musst das Intro aufmachen. Habe ich schon, aber es funktioniert nicht. Loading. Kann mal jemand das Outro singen? Mach das Outro an. Ich habe das doch schon geladen. Das ist doch irgendwie alles... Wollte ich gerade aufstehen, mich verbeugen. Scheiße. Klatscht weiter, bis das Outro kommt. Genau, klatscht bis das Outro. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Scheiße. Tobias. Ich habe das Internet kaputt gemacht. Dankeschön. Ich habe das Internet kaputt gemacht. Danke. Ich habe das Internet kaputt gemacht. Danke schön. Danke schön. Danke. Vielen Dank.